Willkommen bei Data Engage, dem Podcast rund um Daten, Engagement und Action. Von und mit Philipp Loringhofen, immer interessanten Gästen und dem kleinen Quäntchen Chaos. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Data Engage, einem kleinen Podcast rund um den Urwald an Daten, durch den wir uns manchmal durchkämpfen müssen, wie wir dabei vielleicht irgendwelche, ich hätte jetzt schon fast gesagt Inka-Schätze finden können, aber wir nennen sie jetzt mal Marketing- oder Sales-Schätze und auch teilweise, wie wir in irgendwelche alten, gelegten Fallen, die wir uns mal aus der IT vielleicht beigehalten haben, reinfallen und was wir dagegen tun können. Heute dabei ein, ich wollte jetzt schon sagen, österreichischer Lanzmann, ich bin aber kein Österreicher, ich wohne ja nur freiwillig in Österreich, er selbst ist aber Österreicher und wir stehen in regem technischen Austausch immer mal wieder über die interessantesten Themen von, darf ich überhaupt Leute Sales-technisch, Call-technisch kontaktieren, bis über, welche Technologie macht an welchen Projekten Sinn. Heute dabei David Wippel, Gründer von Trigo, einer in meinen Augen sehr spannenden Software, ich wollte jetzt schon sagen Buda, aber auch falsch, Unternehmen, das nämlich dabei hilft, eine der grundsätzlichsten Sachen, die ich bei allen Datenprojekten immer wieder bekomme, zu lösen. Was das ist, sprechen wir gleich drüber. David, herzlichen Willkommen und als einleitende Frage, wie verhindere ich eigentlich sowas wie Technical Debt? Hallo Philipp, ja, wie verhindere ich Technical Debt? Wow, du, also erst einmal, ich bin mal super beeindruckt von deinem Intro, also ich muss das auch mal üben, das ist super smooth, ja, das gefällt mir sehr gut. Technical Debt, ich denke, ich denke, indem man mit einem offenen Mindset an, vor allem jetzt Entwicklungsprojekte, also ich spreche jetzt natürlich aus Software-Entwicklungsprojekte, Sicht heraus, weil das ist so mein Steckenpferd halt, indem man mit einem offenen Mindset an Dinge herangeht und vielleicht so den einen oder anderen, fast schon religiösen Glaubenssatz außen vor lässt und sich ganz offen die Frage stellt, was ist das richtige Werkzeug, die richtige Lösung, um ein Problem anzugehen, um ein Problem zu lösen. Damit könnte man einmal so quasi Upfront-Technical Debt abfangen und während eines Projektes es halt dokumentieren, aufzeichnen, drüber reden, reviewen, das Mittel der Wahl meiner Meinung nach. Also kann man es gar nicht wirklich verhindern, man kann sich nur darüber bewusst werden, dass es mal Systeme gibt, die ich irgendwann sicherlich wieder anfassen muss, um sie zu berichtigen? Ja, also ich bin der Meinung, dass außer du hast jetzt irgendwo unendliche Ressourcen zur Verfügung, wobei auch dann nicht, weil das Internet oder alle Technologien darum herum verändern sich so schnell, verändern sich so rasant, mitunter auch signifikant innerhalb eines sehr kurzen Zeitraumes, dass Technical Debt, also etwas, das jetzt State of the Art ist, nehmen wir zum Beispiel mal, keine Ahnung, irgendein React-Framework oder was auch immer, super State of the Art, alle benutzen es, super cool, man fühlt sich super modern, in drei Monaten, in sechs Monaten könnte jeder sagen, na also wirklich ehrlich, mit dem arbeitest du noch? Ich meine, sorry, was soll das? Das heißt, selbst wenn du mit den besten Intentionen an etwas herangehst, kann das schon Technical Debt sein. Das heißt, mein Zugang wäre, das zu akzeptieren, es ist einfach so, und einen Weg zu finden, wie man es managen kann. Wie kann ich damit umgehen und wie kann ich regelmäßig meine Schulden bezahlen? Jetzt werden wir zum Glück nicht finanzmathematisch, aber du hast mir eine wunderbare Stallvorlage geliefert, nämlich auch Systeme phasen ja mal aus. Und ihr baut ja, oder ihr helft ja auch Unternehmen dabei, Daten aus unterschiedlichsten Systemen, nennen wir sie mal, anzugleichen. Also sagen wir mal, ich glaube, auf eurer Website sieht man so eine schöne Grafik. Da haben wir zum Beispiel die ERP- oder CRM-Daten und dann habe ich natürlich auch die Helpdesk-Daten und dann kriege ich eine Anfrage, die läuft zum Beispiel, sagen wir mal, über HubSpot bei mir ein. Okay, HubSpot intern macht das Ganze jetzt schon, weil es natürlich eine Kombi ist aus beiden Systemen. Und dann sagen wir mal, ich nutze HubSpot nur für den Customer Service und ich nutze Salesforce dann für meine Kundendaten, wo ich dann auch meine Offerings drin erstelle oder ich weiß nicht was. Und die Systeme muss ich ja angleichen. Und jetzt kommt's, jetzt will ich von Salesforce auf HubSpot umsteigen, aufs CRM. Auch da wieder mal ein bisschen aus deiner Erfahrung heraus, was muss ich eigentlich beachten dann bei genau so einem Fade-Out und bei so einem Umzug? Was muss ich da beachten? Gute Frage. Also meistens ist es so, dass man bei so einem, also dass man so einen Umstieg eigentlich immer grundlegend extrem unterschätzt. Ja, weil man schaut sich eine neue Lösung an und keine Ahnung, wenn man zum Beispiel mal mit dem Marketing-Material beginnt, dann klingt das alles super, super easy, super leicht, super cool, alles funktioniert toll. Also dieser Illusion sollte man sich gleich einmal, derer sollte man sich entledigen, das ist nie so. Ja, ein neues Werkzeug kann oder wird, man wird vielleicht den einen oder anderen Geschäftsprozess besser unterstützen. Es gibt gute Gründe, das zu tun. Aber man sollte sich ganz genau anschauen, wie man dort hinkommt, indem ich mir einmal eine komplette Systemlandschaft erstelle und wie kann das neue Werkzeug dort reinpassen, welche Flecken ersetzt es, welche weißen Flecken füllt es aus und wie passt es ins Gesamtbild. Und dann eben zu schauen, okay, wie fließen meine Daten jetzt zum Beispiel Bestellungen, wie fließen die durch das System, welche der Informationen kriege ich von meinem Online-Shop und möchte ich in meinem CRM haben, welche möchte ich dann in einem Fulfillment-Tool haben und so weiter. Also wirklich sich das von Anfang an gut durchzuüberlegen und einen Plan zu entwickeln, ist sicher notwendig. Also eine Art Datenfluss-Landschaft. Ja, tatsächlich könnte man es so nennen, dass man sich wirklich konkret überlegt, okay, welches Werkzeug konsumiert, welche Daten, also wirklich auch ganz konkret, wie schauen die aus, welche Daten werden an welche Schnittstelle geschickt, aber was kriege ich dort retour, was mache ich mit dem, was ich retour kriege? Weil man sonst einfach in der Anzahl, weil du hast vorher so eine All-In-Lösung wie HubSpot erwähnt. Und die sind super, ja, wenn man jetzt da frisch anfängt und man nimmt sich eine All-In-Lösung, dann hat man diese Integration quasi mitgekauft. Bist du jetzt aber ein bisschen etabliertes Unternehmen und hast da eine gewisse Historie, was Werkzeuge anbelangt und wirst eine sehr diverse Landschaft haben. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit zu sagen, okay, ich schmeiße alles weg und gehe in so eine All-In-Lösung. Krasser Move, ja. Und sonst hast du halt Alt-Systeme, die irgendwie miteinander interoperieren müssen. Und da hilft dir so eine Data-Flow mit, das ist ein super Begriff, den werde ich mir gleich notieren, um zu verstehen, okay, wo möchte ich was haben und wann. Ich glaube, dieses und wann ist eine sehr schöne Sache. Dann ist die Grundaussage aus dem Marketing immer, jetzt, am besten schon gestern und in Echtzeit und überhaupt immer. Und dann guckst du dir an, brauchst du es wirklich, wofür, warum, weshalb? Das stimmt, ich schaue mir das auch immer gern an, weil natürlich, keine Ahnung, jetzt ist die erste Intention meist, ja, wir möchten alles in Echtzeit synchronisieren. Ja, weil natürlich brauche ich die Daten sofort im CRM. Ja, nur bedeutet das oft natürlich ein vielfach komplizierteres technisches Setup. Ja, ich müsste irgendein Event-Streaming etablieren, wo ich die Systeme in Echtzeit miteinander sprechen lasse, muss mit Konflikten umgehen und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt aber sage, okay, eigentlich reicht es mir, wenn ich das einmal die Woche übertrage, weil ich mache einmal die Woche, keine Ahnung, verschicke ich irgendwelche Informationen oder verschicke ich meine Pakete und das muss nicht in Echtzeit sein, dann kann man auch mit einem einmaligen Prozess, den man halt anwirft, vielleicht sogar auch manuell, ja, dieses Sync machen und kommt technisch vielleicht wesentlich trivialer durch. Und ich bin da immer ein Freund von Simplifizierung und einfachen Lösungen, weil komplex wird sowieso über Zeit. Ja. Darum ist es dann, ja. Ja, ja, genau. Du sprichst was sehr Wichtiges an. Also zum einen, ich brauche ja nicht immer alle Daten zu jeder Zeit für jeden, für jeden, für jeden, für jeden Geschäftsprozess. Mich erinnert das immer so an das schöne goldene Ticket aus Charlie und die Schokoladenfabrik. Warum? Weil wir nennen ja sowas in unserer Daten-Ökosystem immer The Golden Record. Also das Ding, das sozusagen beschreibt, was ist eigentlich der Status Wahrheit. Weil ich kann ja in meiner Helpdesk-Software kann die Person ja noch heißen Thomas Müller, der hat aber geheiratet und hat Wunder, oh Wunder, den Namen seiner Ehefrau angenommen und heißt jetzt Thomas Franz. So. In welchen Systemen ist das jetzt alles aktualisiert und was ist eigentlich jetzt die gegebene Wahrheit, indem ich dann weiß, wie heißt die Person eigentlich, wenn ich ihr jetzt das Paket schicken möchte? Ja, weil, sagen wir mal, wir haben ein klassisches Retention-Produkt a la, du kriegst jede Woche eine Gemüsekiste. Ja, bei wem steht denn jetzt die Gemüsekiste? Bei Familie Frank oder bei Frau Milie Müller? Und Frau Milie Müller gibt es ja nicht mehr, ist ja weg. Also kann mir mein armer Logistiker nicht mehr ausliefern. Ja, oder du hast einen Postbeamten, Beamtin, die die ganze Historie, den Namen noch weiß, dann klappt es. Aber ja, also in der Regel geht man sowas vielleicht damit heran, dass man sagt, okay, eines der System ist mal das Master-System. Ja, und dort ist die goldene Wahrheit drinnen. Dort ändere ich den Nachnamen und diese Änderung kriege ich dann in die anderen Systeme. Da ist auch wieder wichtig, dass das alles gut dokumentiert ist und jeder Bescheid weiß darüber, damit man zum Beispiel, keine Ahnung, nehmen wir mal ein Beispiel her, ich ändere das in meinem SAP oder in meinem Salesforce, ändere ich den Nachnamen und alle wissen Bescheid, okay, das wird alle drei Stunden abgeglichen. Dann kann man zum Beispiel in einem Helpdesk-System schauen, okay, ja, passt, wird passen oder wird nicht passen oder hat man vielleicht noch den Sync ab, wie auch immer. Aber das sollte man wissen. Und gleichzeitig muss man natürlich dann auch schauen, dass man in diesen angedockten Systemen dann die Daten nicht wieder ändern kann oder was tut man mit diesen Änderungen, kann man das unterbinden. Also darum ist es wichtig, dass man das gut definiert, welches System das Master-System ist, weil ein bidirektionaler Sync über alle Systeme hinweg ist technisch natürlich prinzipiell möglich und ist eine extrem spannende Herausforderung, würde ich sofort jederzeit machen, ist aber eigentlich nur technisch gut. Ja, wir landen dann in Race Conditions. Das heißt, wir landen ja dann in einer Denkweise von, welcher Wert hat Vorrang? Ist es der, der zuletzt geändert wurde oder ist es der, der zuerst geändert wurde oder gehe ich dann über ein Alarmsystem und schicke es halt dem Sales Agent und der darf jetzt entscheiden? Ja, also wie löse ich genau dann diese Daten, nennen wir sie mal Datenanomalie. Ja, für den gleichen Datensatz habe ich auf einmal zwei Werte. Schrödingers Katze lässt grüßen. Wir wissen nicht, heißt der Müller oder heißt der Franz? Oder heißt er vielleicht jetzt doch Thomas? Ja, oder er hat einen Doppelnamen. Aber du hast schon recht. Die einfache Betrachtungsweise wäre, okay, wer zuerst ist mal zuerst oder wer zuletzt ist mal zuerst. Aber du hast es gut angesprochen, es ist ja nicht immer die zeitliche Komponente. Dann ist ein System wichtiger als das andere oder andere Faktoren spielen da mit rein. Von daher, das ist wirklich wichtig, dass man sagt, okay, das ist mein Master-System und die Änderungen, die dort passieren, die gelten. Und das muss nicht sein, dass das ein System für alle Daten ist. Es könnte ja zum Beispiel sein, dass ich einen Self-Service-Bereich auf meiner Webseite habe, wo Kundinnen und Kunden ihre Stammdaten, also Adresse und Name und E-Mail-Adresse selbstständig ändern können. Dann ist es für dieses Datenset ist das das Master-System. Und für andere Daten ist es dann wieder, keine Ahnung, das Shop-System selbst oder so. Also das kann schon auch eine Zusammensetzung an Werkzeugen sein, die dann mein Master-System ergeben. Hast du einen Tipp, wie man irgendwie so sein Master-System irgendwie selektieren kann? Also präferiert ihr da oder präferierst du da auch vielleicht in euren Beratungsprojekten? Irgendwie sagst du, ja meistens eher das CRM gegenüber einem ERP oder eher das Shop-System, sagen wir mal, wenn es mit irgendeinem Shop zu tun hätte, gegenüber dem CRM, weil natürlich der Kunde bei einer Bestellung nochmal seine Daten eher aktualisiert und damit das sich dann durch das ganze System irgendwie permutiert. Ja, ich meine, ich muss dir jetzt natürlich die klassische Beraterantwort geben mit Depends, ja. Also für Daten, die intern irgendwie verarbeitet werden, empfehle ich jetzt bei solchen Projekten jetzt nicht unbedingt das meistgenutzte System zu verändern, weil einfach die Benutzerinnen und Benutzer intern schon gewisse Abläufe gewohnt sind und die sollte man jetzt nicht von heute auf morgen ändern, weil sonst, ja, ich meine, Gewohnheiten sind halt eintrainiert, die, es erzeugt einfach mehr Fehler, wenn man jetzt da versucht, das irgendwie zu verändern und sagen, okay, bis jetzt habt ihr alle Daten immer im CRM gewartet, jetzt macht ihr es bitte im, keine Ahnung, im Fulfillment Management Tool, ja. Also da bei einem bleiben, das sich schon gut etabliert hat. Ansonsten quasi würde ich meinen, die Daten dort zu ändern, wo sie am nähersten an der Wahrheit sind. Also sprich, wenn ich einen Online-Shop habe und ich habe so einen Self-Service-Bereich, dann bin ich da am nahesten dran an der Wahrheit, weil du jetzt da zum Beispiel dort gerade was bestellt hast und während du bestellst, auch wenn du ein wiederkehrender Kunde, Kundin bist, siehst du, ah ja, meine Adresse stimmt nicht mehr und änderst deine Adresse, dann ist das die unmittelbare Wahrheit und deswegen würde ich das dann quasi als das Master-System sehen. Ja, ich glaube, das ist das Nächste, ich glaube genau das, was du gerade sagtest, das Nächste an der Wahrheit ist der grundlegendste Pfeiler, weil Wahrheit bedeutet halt immer entweder Kundeneingabe oder Aktualisierung aus dem Customer Service oder Aktualisierung aus anderen Systemen, um damit dann zu erkennen, was wirklich Sache ist und damit das dann ganz auch weiter zu tun. Ich wollte nur noch sagen, also das bedeutet natürlich nicht, dass man alle Daten, die jetzt davon extern in das System eingespeist werden, eben durch Kundinnen und Kunden, dass die ungeprüft reinfließen müssen. Also da kann es dann durchaus oder sollte es sogar auch Sanity-Checks geben, automatisiert oder manuell, weil Menschen verdippen sich, man könnte dann zum Beispiel Vergleiche anstellen von Namen und so weiter, sind die so ähnlich, dass man sagt, okay, die unterziehe ich vielleicht lieber einen manuellen Prüfungsprozess, weil vielleicht hat sich mein Kunde mein Kunde einfach nur verdippt. Das ist dann die Frage, wie viel Service Level man bieten möchte, aber das ist immer wieder mal so eine Sorge, die in den Projekten dann aufkommt. Ja, aber wenn die mir alle Daten dann überschreiben, welche Qualität erreiche ich dann noch? Ich glaube, da ist eine Historisierung ein ganz wichtiger. Also man hat aus der, sage ich mal, Datenmentalität ja slowly changing dimensions, fast changing dimensions, das heißt Sachen, wo ich weiß, okay, sagen wir mal, Name ändert sich eher weniger, aber sagen wir mal zum Beispiel, fast changing dimensions, Anzahl der Interaktionen mit oder präferiertes Kommunikationssystem, ich habe ein neues Handy oder ich habe eine neue Telefonnummer oder ähnliches, das ändert natürlich viel öfters. Da ist natürlich dann eine Logik einer Historisierung. Also in Salesforce kann ich ja zum Beispiel sagen, dass gewisse CRM-Felder historisiert werden, damit ich darüber auch erkennen kann, okay, hatte erst den Wert, hatte danach den, danach habe ich nochmal den gegeben. Es ist zum Beispiel relevant, wenn ich das sozusagen Kunden-Engagement, also bei der Bewertung einer Kundeninteraktion dann mitgebe, ja, der ist gerade high engaged oder mid oder low und den müssen wir auf alle Fälle jetzt zubomben mit E-Mails oder noch mit einem Brief oder irgendwas anderem, damit der wieder bei uns schön einkauft und zurückkommt. Und ich glaube, da ist genau das, was du sagtest, wieder relevant. Wo ist das Wahrheitssystem? Indem ich was am nächsten an der Wahrheit und dann sich zu überlegen, okay, wie kann ich die Werte aus den anderen Systemen, vielleicht, wenn ich weiß, okay, die sind relevant, weil da hat irgendjemand mal etwas von Hand eingetragen, dann wenigstens weg zu historisieren. Bedeutet nur, ich muss mir halt im System dann Gedanken machen, wie erkenne ich, ob jemand etwas von Hand geändert hat oder ist vom System geändert worden. Ja, ich meine, wenn man ein ereignisbasiertes System hat, einen Event-Stream, dann kann man seine Events entsprechend strukturieren und diese Metainformation mitgeben und mitverspeichern. Diese Historisierung ist in vielerlei Hinsicht einfach auch wichtig. Kunden und Kundinnen, die, keine Ahnung, Rechnungen ausstellen oder ähnliches. Und da muss ich natürlich dann irgendwie, auch wenn sich dein Name dreimal geändert hat, muss ich potenziell irgendwann mal nachweisen, okay, vor einem Jahr ist die Rechnung aber an X ausgestellt worden. Ja, da muss ich genau wissen, wie hat dieser Datensatz zu diesem Zeitpunkt ausgesehen. Und auch der Vergleich ist irgendwie super interessant, wenn man, das wirst du jetzt vom Marketing her noch besser wissen als ich auf jeden Fall, aber diesen Vergleich, der ermöglicht dann halt Entscheidungen. Und was ich so super spannend finde eben an solchen Ereignissen, also ich komme jetzt nochmal auf das zurück, weil das ist ja, dass das mir einfach irgendwie in der Theorie wie in der Praxis taugt, in diesen ereignisorientierten Systemen, wo aus den verschiedensten Systemen Dinge passieren, Namen geändert, Bestellung eingegangen, Artikel betrachtet und so weiter und so fort. Das wandert alles ins System, was so cool ist. Du kannst halt hergehen und im Nachhinein ein neues System anhängen und das System dann mit den ganzen Ereignissen in den letzten fünf Jahren füttern und du hast auf einmal einen Datenschatz up front und musst nicht warten, bis sich das wieder von Neuem befüllt. Irgendein BI-Dashboard oder ähnliches oder ein Data Lake oder was auch immer man sich da vorstellen könnte. Ja, Event-Streaming-Daten sind der goldene Schatz, wenn ein Unternehmen das sauber hinkriegt. Seid noch zum Beispiel mit solchen Systemen wie dem Snowplow oder einem Segment, einen Jitsu, damit kannst du es auch machen. Du musst halt nur dir überlegen, wo kommt, dann landen wir auch wieder, wo kommt welches Ereignis her und warum schicke ich es dahin? Das Wichtigste ist natürlich dann auch zu dokumentieren, was ich hinschicke. Was ist der sogenannte Payload? Also was schicke ich jenseits des Ereignisses noch an weiteren Informationen mit und was überschreibt dann auch wiederum welchen Wert? Aber es ist mega sinnvoll. Also du kannst daraus dann richtig coole Recommendation-Engines bauen. Du kannst die Personalisierung auf deiner Seite auf einmal viel besser anpassen. Für einen E-Commerce-Store merkst du auf einmal, ja, der hat sich jetzt zum Schluss Undown-Wintermantel angeschaut. Das kann ich jetzt auf einmal weiter auf meinem Header oder Hero-Image forcieren. Aber all das lebt ja nur dadurch, dass ich dann eine nachhaltige Datenqualität habe und diese Datenqualität natürlich auch nur hinkriege, wenn ich die einzelnen relevanten Datenpunkte dann genau zusammenführe. Ja, also sie einfach nur zu sammeln, um sie zu haben, bringt natürlich nichts. Das wäre auch schön. Sieht man aber auch öfter, also dass immer nur mit quasi mit den aktuell vergegenwärtigten Daten gearbeitet wird. Es wird zwar alles andere gesammelt, aber eben diese was, also wie du es jetzt, diesen Teil der Customer Journey, wie viele Wintermäntel hat sich die Person jetzt angeschaut und zeige ich ihr jetzt noch einen anderen, weil ich glaube, dass die Person hat sechs blaue angeschaut, deswegen zeige ich ihr noch einen. dass man mit den Daten, die man so gewinnt, dann tatsächlich auch was macht. Aber da ist natürlich auch wichtig, glaube ich, dass man sieht, dass man die Daten nicht, also dass man diese Werkzeuge, die es da gibt, um diese Daten alle zu erfassen, nicht einfach nur auf seine Webseite und wo auch immer dumpt und einfach mal erfassen lässt, sondern da muss man sich schon auch Gedanken machen, glaube ich, welche Fragen will ich eigentlich beantworten und welche Informationen brauche ich dazu, um auch das Erfassen der Daten dementsprechend zu strukturieren, damit dann auch die Qualität stimmt und die Antworten auch generiert werden. Weil schlimm ist es, finde ich, wenn ich zwar diese ganzen Daten erfasse und dann stelle ich eine Frage, aber aufgrund dessen, dass ich sie zu spät gestellt habe und vielleicht die Daten falsch erfasst habe, kriege ich zwar eine Antwort, aber sie lenkt mich in die völlig falsche Richtung. Gibt das Sinn für dich? Sehr. Ich glaube, das ist bei der Konzeption ja dann schon, was du ganz einleitend gesagt hast, zum einen natürlich, was ist der Master Record, aber auch, welche Daten aus den anderen Systemen sollten sozusagen an diesen Master Record halt auch noch mit angedockt werden, das Relevante. Oder kriege ich es wenigstens hin, dass in den anderen Systemen ich dann eine übergreifende Identifikationsmöglichkeit habe, zu sagen, okay, hey, im Notfall kann ich mir die Datenpunkte wenigstens noch nachträglich dann darauf synchronisieren in irgendeiner Art und Weise. In manchen Systemen ist es die E-Mail-Adresse, in anderen ist es dann eine eigens innerhalb eines CRM-Systems oder sonst wo vergebene ID, die dann auf alle anderen Systeme wenigstens einmal als Identifikator übergeben wird, um dann aber die Möglichkeit zu haben, auch nachträglich in meiner Customer Data Plattform oder in meinem Data Warehouse oder irgendwo anders dann die Daten dann zusammenzuziehen, hochzuaggregieren. Das Wichtigste, was du eigentlich angesprochen hast und das auch nur in dem Nebensatz ist, was tue ich dann eigentlich damit? Ja, weil es ist ja das Schöne, so ein System dann irgendwie zu haben und zu sagen, hey, ich habe irgendeinen Golden Record oder ich habe eine Kundenakte und ich weiß, ja, klassischer CDP-Ansatz, aber welche Auswirkungen hat das Ganze dann auf mein Unternehmen? Wie werde ich dadurch dann besser und wie hilft mir dieses Investment, was ja sowohl technischer als auch sozusagen mentaler Natur ist? Weil auf einmal müssen sich die Leute nicht mehr aus X-Systemen alles zusammensuchen, sondern sie haben halt die Möglichkeit dann zu sagen, okay, es hängt am Golden Record dran, aber zeitgleich, wenn ich in mein Help-System zum Beispiel reingehe, sehe ich, okay, der hat die und die Produkte gekauft, das kann ich nicht von Hand anpassen, sondern das wird da einfach nur reingedrückt, kann ihm dann auch dazu dann bessere Fragen beantworten, anstatt, dass ich erst im Gespräch fragen muss, haben sie wirklich die Nen-Nen-Button gekauft und Trala und Hopsassa und Tüddeli, ändert es ja auch meine internen Prozesse und das muss ich natürlich auch mitnehmen. Du hast jetzt ein paar Sachen angesprochen, die ich in der Praxis, also was ich da oft erlebe ist, dass die Vorstellungskraft, was da alles möglich wäre, oft auch ein hinderlicher Faktor ist. Wenn du jetzt das angesprochen hast, okay, ich sehe in meinem Helpdesk-System, welche Produkte die Person bestellt hat und kann dann gleich auf eines der Produkte hin arbeiten oder wie auch immer, dass das überhaupt potenziell möglich ist, da fehlt es manchmal auch ein bisschen an der Vorstellungskraft. Man hat zwar irgendein Helpdesk-System, man hat einen Online-Shop und viele haben sich jetzt auch in den letzten zwei Jahren mal schnell schnell einen Online-Shop gemacht, weil sie es mussten und ich verstehe das auch und ich unterstütze das auch und ich finde es auch gut, dass dann Menschen wie wir darüber reden, weil diese Information, dass das alles geht und dass das jetzt nicht an Raketenwissenschaft grenzt, ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Also gemerkt habe ich, dass genau der Ansatz dazu ist, Menschen über Fragestellungen dann dieser Denkweise oder sie dabei zu unterstützen, dann in dieser Denkweise aktiver zu werden. So nach dem Motto, was hättest du gerne? Also schönes, grüne Wiese, du darfst dir jetzt gerade mal dein Lieblingssystem aufbauen und dann merkst du daran ja natürlich, okay, wo tut es weh? Auf der anderen Seite gutes altes Shadowing, überhaupt mal zu schauen, der Customer Service Agent, in welche Systeme guckt er überhaupt rein? Was nutzt er für weitere Sachen, während er dann irgendwie dabei ist, die Anfrage eines Kunden zu beantworten? Oder der Sales Agent, setzt er sich überhaupt mit den Anfragen aus dem Customer Service von diesem Kunden mit auseinander oder nicht? Und das bekommst du natürlich sowohl aus klassisch Menschen Fragen stellen mit. Wie wir wissen, lügen Menschen da aber manchmal, weil sie natürlich sich als besser darstellen wollen, als sie dann sind. Ist jetzt sehr negativ formuliert, aber manchmal bekommt man das so mit. Tut mir leid, alle, die sich dadurch jetzt angegriffen fühlen. Aber auf der anderen Seite kriegst du es halt viel mehr mit, wenn du dann ihnen wirklich einfach über die Schulter schaust. Gutes altes Shadowing. Ja, also oft ist das, weil du das jetzt gesagt hast, dass das irgendwie Negatives aufkriegen, das kriegt man das ja gar nicht mit. Und wenn man jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt auf der geschäftsführenden Ebene mit dir sowas bespreche, dann habe ich vielleicht zwar eine grundlegende Ahnung, wie das operative Tagesgeschäft funktioniert. Aber wenn das Unternehmen ein bisschen größer ist, dann kriege ich das schon nur mehr abstrahiert mit. Und dann habe ich vielleicht den Eindruck, dass das alles schon super automatisiert läuft. Und in Wahrheit wird es aber manuell irgendwie abgefackelt. Und man kriegt das gar nicht so mit. Deswegen Filz da, das sind ein super Mittel. Wo ich immer ein bisschen skeptisch wäre, wenn schon so Fragen kommen, wie geht das technisch oder geht das technisch? Weil dahinter verstecken sich Fragen beziehungsweise Ziele, die erreicht werden wollen. Und es ist dann wichtig, in den Gesprächen die herauszukitzeln. Weil nur dann kann man wirklich sagen, ja, um das Ziel zu erreichen, könnte man die drei Systeme miteinander verbinden. um eben dann diesen beratenden Aspekt am Anfang auch irgendwo zu bringen. Aber da ist es wirklich wichtig. Also wie man es ja schon mal gesagt hat, nicht mit den Daten beginnen oder mit dem technischen Aspekt beginnen, sondern mit den Fragen und mit den Zielen, also mit dem ganzen, warum mache ich das überhaupt? Ja, dieses warum, was ist die treibende Kraft dahinter? Oder was ist das, was ist sowohl eigentlich der Benefit als auch der Pain-Point? Also klar, man könnte jetzt irgendwie dann den Benefit-Pains-Canvas irgendwie von Alexander Osterwalder nehmen oder irgendwas anderes. Aber am Ende des Tages ist es ja wirklich einfach nur, Daten helfen dir dabei, deine Arbeit besser zu machen, einfacher zu machen, schneller oder zufriedenstellender zu machen. Oder auf der anderen Seite teilweise auch repetitive Aufgaben zu automatisieren, was du aber nur hinkriegst, wenn du dann halt die einzelnen Systeme miteinander sprechen lässt und dabei dann halt merkst, oh, hier haben wir auf einmal Potenziale, die wir erkennen können, das Ganze zu heben. Ja, aber es ist halt auch das irgendwo ein Veränderungsprozess, ein Change-Prozess und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das schmerzvoll sein kann, eine Wahrheit präsentiert zu bekommen, die man vielleicht so nicht erwartet hätte. Bei uns zum Beispiel als Software-Erwicklungsunternehmen keine Defect-Rate, wie viele Bugs produzieren wir so, oder wie schnell können wir Dinge umsetzen. Da hat man, bevor man anfängt, das auf Basis von Daten irgendwie zu eruieren, eine gewisse Vorstellung. Natürlich vollkommen romantisch verklärt, ja, wir sind super schnell, haben keine Bugs. Und dann fängt man an, diese Daten zu erheben und zu analysieren und kommt darauf, oh ja, okay, hm, die sind jetzt nicht gerade momentan, nicht gerade die High-Performer. Und das muss man dann halt akzeptieren, weil dadurch, dass man das macht, hat man schon den ersten Schritt in die richtige Richtung gesetzt. Man akzeptiert, wie es jetzt ist mit den Daten und kann auf Basis dessen Entscheidungen treffen. Und du hast es jetzt auch schon gesagt, man kann dann natürlich, und das ist das Schöne daran, anfangen, diese Entscheidungen dann automatisiert zu treffen, weil man sagen kann, okay, wenn die Daten so oder so sind, dann treffe ich eh immer die Entscheidung, also kann ich gleich das System machen lassen. Ja, also klar, da landen wir jetzt dann in einem ganz anderen riesigen Film, Process Mining. Aber der ist auch mega interessant. Ja, man schaut sich einfach nur an, ach man, wie heißt das Startup? Erstes, erstes Oktakon, das wir weltweit, eines der ersten, die wir haben, mehrere, riesige Summe Geldwert. Ja, und wir machen ja nichts anderes, nichts anderes hört sich jetzt frech an, aber klar, KI-Einsatz für Process Mining werde ich in die Shownotes reinpacken, den guten Laden. Ja. Aber ja, es fängt alles an mit Daten zusammenführen und das auf eine Art und Weise zu tun, wo ich keine Datenkonflikte hinkriege und dadurch eigentlich die Qualität erhöhe, weil kulturell, und das hast du ja auch angesprochen, Change-Prozess, die Daten werden halt immer wahrscheinlicher genutzt, je höher die gefühlte Qualität dieser Daten ist und die ist halt für die einzelnen Mitarbeiter ja dann interessanter, wenn sie merken, ah, da habe ich auf einmal noch einen Datensatz mit drin, den ich ja erstellt habe oder wo ich einen Einfluss genommen habe und auf einmal dann auch sehe, dass dieser auch innerhalb der Organisation rund um diesen Kunden oder rund um diese Kundenbeziehung dann auch ernst genommen wird. Ah, da greife ich jetzt was auf, was du zwischendrin gesagt hast, mit dem, ich weiß nicht mehr genau, aber irgendwie mit dem Vertrauen in Daten, weil das ist auch etwas, das ich erlebe, erlebt habe, dass die Benutzerinnen und Benutzer dem System nicht mehr vertrauen, ja, weil man nicht sicher, wenn man zum fünften Mal von einem Kunden, einer Kundin bepflegelt wird, weil der Nachname schon wieder nicht stimmt oder das Paket schon wieder woanders gelandet ist, dann fängt man an, dem System zu misstrauen und dann entwickeln sich so Workaround-Prozesse, wo, keine Ahnung, aus allen Systemen wird die Adresse ausgedruckt und dann wird das auf einen Tisch gelegt und dann wird geschaut, okay, welche könnten die aktuellste sein und solche Dinge. und dann wundert man sich, warum dauert denn das Verschicken so lange, warum ist unser Fulfillment so extrem langsam, also das ist, das muss man sich auch anschauen, also dieses Vertrauen in Daten, dieses Vertrauen in Systeme, das kann man mit solchen integrativen Prozessen natürlich dann wieder deutlich heben, wenn man den Menschen sagt, ja, okay, deine Adresse ist richtig, das ist richtig, ja. Excel als der Problemlöser in jeglicher Daten klatscht sich. Ja, das ist jetzt natürlich, wir Softwareentwicklerinnen neigen dazu natürlich immer auf Excel hinzuhacken und alles, was wir jetzt gesagt haben, klingt jetzt auch so riesig, ja, aber das kann tatsächlich ein erster Schritt sein, ja, dass man damit beginnt, weil man muss auch mal klein anfangen. Was meistens in die Hose geht, ist, wenn man sich so einem Projekt widmet und sagt, okay, wir verbinden jetzt alles, wir machen jetzt alles auf einen Schlag und wir holen uns technisch auch alles das Krasseste rein, was man finden kann und wir brauchen jetzt einen Kafka da drinnen und dann verbinden wir alles langsam anfangen, ja, zum Beispiel, mal schauen, die meisten der moderneren CAM-ERP-Lösungen bringen schon Integrationen mit, die man nutzen kann im ersten Schritt. Damit anfangen, das mal nutzen, ja, schon hat man deine Datenqualität um eine ganze Zehnerpotenz verbessert, viel Automatisierung geschaffen. Ja, du sprichst das Wichtigste an. Damit anfangen, aber nicht sich dieses Riesenbergprojekt halt vor die Brust schnallen, sondern in kleinen Schritten, womit man dann auch merkt, ja, das hat einen positiven Effekt, nennen wir es jetzt mal Contribution Margin oder sonst wie, entweder zu Reduktion von Arbeitszeit oder Arbeitsaufwand oder unsere Kunden sind glücklicher oder zu, man muss sich natürlich überlegen, was will ich damit alles erreichen, wie du schon angesprochen hast, die Ziele erstmal klarkriegen und warum wir es überhaupt tun und dann genau, wie du sagtest, in kleinen Schritten die Möglichkeiten aus dem bisherigen Tech-Stack halt erstmal ausreizen, bevor man sich dann auf die in seinen Augen dann perfekte, universal, datentransformierende Lösung irgendwie los schmeißt. Weil das ist halt dann, worin man, also was dann passiert ist, man, also ganz oft habe ich schon gesehen, dass man dann in einer Art Analysis Parallels stecken bleibt, weil man, dort deckt man auf, ach, das könnte man noch automatisieren, da könnte man noch was abgleichen, die Daten sind noch nicht super, aber die Daten brauche ich auch noch in dem System und das baut sich dann so ein Riesen, eine Riesenwand vor einem auf, dass man, dass man sich nicht mal mehr traut, den ersten Schritt zu gehen und, ja, darum ist da immer mein Motto, fang mal klein an, ja, verbessere mal ein Ding, ja, man könnte es auch Kaizen nennen, eine Prozent Verbesserung über einen langen Zeitraum ist viel Verbesserung, ja. Oh ja, oh ja, ganz sehr. Mein Lieber, wie immer, zum Abschluss, zwei Sachen, was würdest du dir wünschen, was die Leute aus diesem Podcast mitnehmen, jenseits von dessen, was du gerade schon sagtest, verbessert euch ein Prozent am Tag, Kaizen lässt grüßen, vielleicht fällt dir da noch was ein und, der Abschluss gehört wie immer voll und ganz dir, du darfst mir nur nicht danken, ich danke dir für deine Zeit, ich danke dir für den echt coolen Austausch und, äh, mal wieder der Deklination, warum Solo-Datendenken so gefährlich ist und wie, was man dagegen tun kann, deswegen, David, mir bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank für deine Zeit and the stage is yours. Ja, also was würde ich mir wünschen, abseits von dem Kaizen, dass man bei solchen Themen, Digitalisierung, digitale Transformation, Daten synchronisieren, ruhig mal früher anfängt mit einem Dienstleister, einer Dienstleisterin zu sprechen, um einfach auch diese Imagination, diese Vorstellungskraft mit reinzubringen, was denn überhaupt alles möglich ist. Nicht zu lange intern herumüberlegen, was könnte alles gehen, einmal ein kleines Beratungsgespräch machen und sich diese, diese, diese Vorstellungskraft, diese Erfahrung mal reinholen. Ja, das, das ist sicher etwas, das neben dem kleinen Anfangen ein wesentlicher, ein Anliegen wäre von mir. Und sonst, ja, ich meine, bleibt alle gesund, ja, ich darf dich danken, es ist voll schwer, dir nicht zu danken. Ich wünsche dir einen traumhaften Tag und wir sprechen uns. Ciao. Ciao, ciao. Danke für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest auch heute wieder etwas für deinen Umgang mit Daten mitnehmen und bist dem Warum ein Stückchen näher gekommen. Ich auf alle Fälle. hinterlasse doch bitte eine Bewertung auf iTunes, Spotify oder von wo auch immer du gerade zuhörst. Das hilft wirklich sehr. Bis zur nächsten Folge bei Data Engage. Dein Philipp .